grüßt euch freunde und herzlich willkommen im ptu der 3.16 jawohl es gibt wieder neuigkeiten die ich euch gerne mitteilen würde und ihr habt es euch sicherlich schon gedacht richtig ich stehe hier in der neuen cutless steel von drake interplanetary und dieses schiff gucken wir uns heute jetzt einmal gemeinsam an das ist so ein bisschen kann man sagen die dropship schrägstrich überfallkommando variante der cutless und wurde jetzt auch im zuge des jumptown 2 events 2.0 events so release das ist ja damit ihr einfach eine geballte ladung an waffen an bodentruppen mitbringt ist so ein bisschen wie die velkery als cutless in klein kann man sagen aber es ist und bleibt natürlich weiterhin eine cutless was anfängt damit dass es hier natürlich kein klo gibt was natürlich wieder viele bemängeln würden ich nicht egal ich mache die luke auf lass laufen passt ne außerdem die anzüge die halten auch einiges aus so wir schauen uns die cutless steel mal an hier vorne sehen wir nichts besonderes hier haben wir wieder vier waffen rags zwei betten an der seite und einen mentor hat den schauen wir uns aber von draußen auch gleich noch mal anders erzähle ich euch noch mal ein bisschen was zu den waffen verbaut haben wir hier durchgehend military c komponenten und das wird die meisten von euch oder viele von euch auch freuen ein crossfield als quantum drive ist auch mit standardmäßig eingebaut das ist ja für viele auch der mit der lieblings quantum drive meiner ist es übrigens auch ne ihr kommt halt super schnell irgendwo hin und es ist nicht ganz so ja spritten spritt intensiv sage ich mal so wir gehen erst mal weiter nach hinten durch hier sonst geht erst mal nix ne hier doch hier kann man aufmachen leute das ist ja nicht geil wir können hier jetzt auch auf das inventar zugreifen mehr oder weniger ja theoretisch geht es wahrscheinlich denke mal wenn das ding dann live geht dann haben wir hier auch unser persönliches inventar in den schränken sehr sehr cool haben wir jetzt auch hier steht zwar storage dran aber hier geht es noch nicht so richtig will er noch nicht aber egal ist auf jeden fall da sehr sehr cool eine sache zeige ich euch auch dann noch denn die cutless hat jetzt auch neue knöpfe für die türen bekommen das schauen wir uns natürlich auch gleich noch an aber sonst hier in diesem raum ist erst mal noch nichts weiter außer halt der torret der mentor hat aber wir gehen erst mal weiter so und hier seht ihr jetzt wahrscheinlich den größten unterschied zu den anderen varianten denn hier haben wir jetzt die ganzen drop seeds reingeschraubt hier unten einfach das ist halt das schöne an so einer cutless naja da kann man einfach egal was man braucht reinschrauben rausschrauben so gut wir haben insgesamt haben wir 18 jump seeds hier drinnen verbaut also ihr könnt 18 leute mit zu eurer bodenoffensive nehmen total cool nur ansonsten haben wir hier natürlich wieder unsere knöpfe wo wir die türen aufmachen können und was jetzt auch besonders ist an diesen varianten sind diese yellow jackets die wir hiermit dann rufen können so fahren die so rum und dann haben wir hier zwei an der seite können da rangehen und richtig rambo zambu machen guckt euch das an geil oder ja das ist eigentlich ballistische munition ich weiß nicht genau ob die leer geht oder ob wir jetzt ohne ende schießen können abgesehen davon haben wir natürlich auf der linken seite unseren munitions vorrat aber es wäre natürlich ganz schön wenn wir auch sehen würden was wir letztendlich hier verballern aber vielleicht kommt das halt wie gesagt das ist erst mal hier der first look ne ich bin auch gerade erst habe das gerade erst erfahren wollte natürlich gleich ein video machen sehr sehr geil ich denke mal wenn wir jetzt hier zu machen würden würden die automatisch erst mal wegfahren genau dann geht die tür zu sehr sehr cool so habe ich mir das gedacht das gleiche gibt es auf der anderen seite ebenfalls wieder eine tür und wir haben hier links und rechts wieder diese torres an der seite nachteil aber das ist halt drake ist die hängen draußen und können natürlich beschädigt werden auch wenn wir sie nicht benutzen so aber ja das ist halt wie gesagt und auch hier hinten haben wir noch so eine gettling die können wir dann hier wieder korreter aufmachen so und dann können wir hier die gettling benutzen müssen sie aber dann erst auch wieder hier die pläuen zack hätte ich mit der hand jetzt auch noch hingekriegt so und dann können wir auch hier hinten können wir dann die feinde abwehren bevor dann unsere truppen raus steigen auch sehr sehr cool so eine sache muss ich noch mal probieren ganz kurz weil ich das jetzt zu mache dann fährt der in seine funktion aber ich probiere das mal hier an dieser tür so und zwar mache ich das mal zu locken die locken kann man anscheinend noch nicht und jetzt deploy ich mal gucken ob er die tür dann gleich aufmacht ja so muss das sein das ist auf jeden fall immersiv und das ist auch logisch und das ist auch sehr sehr gut durchdacht da muss man nicht erst auf deploy deploy zu man kann einfach das machen was man will sehr sehr cool ja dann würde ich sagen kommen wir mal zu den waffen diese ganzen teile hier die hier drinnen hängen also 1 2 3 4 5 draußen das sind die yellow jackets gt 210 get links die sind hier draußen angeschraubt das ist 1 logischerweise mit der hand wir sind ja alle nicht rambo der könnte natürlich 5 tragen auf der schulter zweimal keine frage aber wir sind das halt nicht deswegen müssen wir hier mit 1 auskommen aber das ist nicht alles und dazu gehen wir jetzt mal kurz in die außen ansicht übrigens möchte ich euch nach diesem schiff noch eine kleinigkeit zeigen deswegen bin ich ja auch schon mal zu kaliop gesprungen ich bin mir aber noch nicht sicher ob ich das finde deswegen müssen wir da mal schauen wenn ich ja dann dann zeige ich es euch halt nicht aber wenn ich es finde dann ist geil so wir gehen mal in diesen torret und da gibt es jetzt auch einen kleinen unterschied und zwar ist das ein torret wo ihr mit in den muss erstmal ganz kurz finden genau in den hinteren remote torret kommt denn hier gibt es jetzt einen hinteren remote torret den zeige ich euch gleich auch noch mal in der außen ansicht hier habt ihr zweimal size 2 cf 227 batcher laser repeater dran und könnt ihr hinten ebenfalls ordentlich das feld aufräumen wenn ich jetzt in die außen ansicht gehe dann geht der glaube ich wieder in den innenraum ja genau aber hier könnte ich denn jetzt in die außen ansicht gehen und da hinten hängt er dran jetzt ein bisschen ungünstig gedreht wegen der sonne aber ich glaube ihr wisst ihr habt ungefähr eine vorstellung nur da hinten an dieser kleine spitze da ist der torret dran sehr sehr geil so dann haben wir hier oben noch den mentor da muss ich jetzt nicht extra einsteigen das kann ich euch auch so zeigen das sind ist eine size größer das ist zweimal size 3 cf 337 panther laser repeater genauso wie bei der anderen cutlass da hat sich nichts geändert auch sehr sehr geil sehr gut bewaffnet und dann haben wir hier oben drauf links und rechts neben der kanzel da haben wir dann noch zwei gatlings das sind scorpion gt 215 gatlings ebenfalls size 2 gegimbalt das heißt aber ihr könnt ihr abnehmen und dort auch eine size 3 waffe raufbauen und apropos gimbel abnehmen auch hier unter sind zweimal size 2 gegimbelte cf 227 badger laser repeater an den flügeln hier unten drunter und auch diese könnt ihr abschrauben und size 3 waffen drunter bauen und dann ist das ding schon echt ordentlich gut bewaffnet aber was es halt sehr besonders macht sind natürlich die boden abwehr maßnahmen durch diese yellow jackets und auch hinten durch diesen remote torrid das macht es hat besonders die anderen waffen sind glaube ich relativ gleich zu den anderen modellen beziehungsweise zur cutlass black die ja jetzt nicht schlecht bewaffnet ist und dann kommen noch insgesamt 16 raketen mit die sind hinten in diesen slots drin ich versuche euch das mal einzufangen dem ich da so ein bisschen näher angehe hier auch die die ja gut das ist ja tankstutzen da an der seite und da sitzen diese raketen drin da hinten seht ihr sie schon in diesen slots auf beiden seiten und das sind acht mal size 2 tempest 2 das sind sind diese kleinen und dann haben wir noch acht mal size 3 arister und das sind diese spitzen dinger sehr 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 cool ja die cutlass steel alles so ein bisschen auch ich hole ich hole uns mit der kamera mal wieder ein bisschen raus hier alles so ein bisschen in so einem abgerockten stahl look ich hoffe mal wenn man die frisch vom werk kriegt dass wir dann so ein bisschen ja so ein bisschen polierteres stahl haben das sieht bestimmt auch mega cool aus wenn du so ein schiff hast was so richtig hochglanz polierten stahl hat wirkt das glaube ich ziemlich cool aber auch so muss ich sagen gefällt mir das relativ gut die wird wahrscheinlich wie alle cutlass varianten auch noch einen traktor fangstrahl bekommen hier vorne da gibt es ja noch diesen traktor ss oder recess der oder excess der ist aber noch nicht drin und ich denke mal aber der wird auf jeden fall noch ja irgendwann angebaut werden da gibt es dann noch mehr ansonsten vom lande fahrwerk ebenfalls genauso wie die anderen varianten hier vorne dazu müssten wir jetzt aber erst mal ganz kurz noch mal in den piloten sitz gehen und dann werden wir uns noch mal runter nach caliope begeben und dann hoffe ich kann ich euch noch eine andere sache zeigen so ja mehr gibt es zu diesem schiff jetzt erstmal eigentlich gar nicht zu sagen nur das ist die cutlass stil also die cutlass freunde so wie mich die werden sich natürlich freuen das geht immer noch nicht und ich bin auf jeden fall gespannt was da jetzt noch an cutlass kommt ich dachte eigentlich das war's aber vielleicht gibt es ja immer noch mal so ein forschungsschiff oder ja keine ahnung bin ich bin echt gespannt ja hier vorne haben wir natürlich auch noch waffen genau das sind die die ich gerade gesagt habe diese badger laser repeater und die scorpions get links die könnt ihr wieder das sind die badger repeater und bei waffengruppe 2 habt ihr dann die get links die sind natürlich begrenzt die sind irgendwann alle da müsst ihr damit haushalten aber ich würde das ding eh umbauen in size 3 und wahrscheinlich würde ich nur laser repeater drauf bauen das ist eigentlich für die cutlass schon sehr sehr stark so was wollte ich euch noch zeigen können ja mal ganz kurz gucken was er macht wenn wir jetzt die raketen aufschalten aber da passiert nichts die sind so oder so offen das heißt also wenn euch da jemand trifft das wäre wahrscheinlich nicht so gut und wir haben hier wie tolls was da dran wie alt bei jeder cutlass variante die könnt ihr dann extra runter stellen zum fahrwerk das könnt ihr natürlich auch extra bedienen fahrt ihr raus aber das ist jetzt auch nichts neues oder nichts anderes wie bei den anderen cutlass varianten sehr sehr geil und da draußen sieht man halt hängen halt diese yellow jackets an den seiten an den türen ja wie gesagt ist halt ein bisschen empfindlich wenn man da jetzt beschossen wird von außen und die abgeschossen werden dann ist doof aber gut dafür ist es eine drake cutlass und da kann man halt nicht so viel erwarten die wird dann denke ich mal oder bin ich mir ziemlich sicher mit der 3.16 live gehen dann wird man sich die auch erwerben können ich kann mir sogar vorstellen dass es die auch mit einer lifetime insurance gibt weil es ja kein konzept ist sondern ein flight ready schiff was vorher nicht angekündigt wurde und dann werdet ihr die mit war bound also mit echt geld wahrscheinlich mit lte bekommen wie teuer die wird kann ich euch nicht sagen aber ich gehe mal so von ja 100 zwischen 100 und 150 gehe ich mal aus es ist eine cutlass die kann nicht so teuer sein klar sie ist ein bisschen besser bewaffnet deswegen wird sie ein bisschen teurer sein als die cutlass black aber vielleicht auch nicht weil die cutlass black hat dafür andere vorteile ihr könnt damit fracht von a nach b aber ja ich wenn ich das verkaufen würde wenn ich jetzt drake interplanetary wäre würde ich da ein bisschen teurer werden deswegen gehe ich mal so zwischen 100 und 150 aus ja und war bound kann sein vielleicht sogar ein bisschen günstiger das ist ja meistens so dass die dann mit der war bound version ein bisschen günstiger angeboten wird da müssen wir uns dann an der stelle einfach mal überraschen lassen ich habe mich darüber gefreut ich mag ja die cutlass sehr sehr gerne nach wie vor und jetzt würde ich sagen fliege ich mal runter nach caliope mache ich einen kleinen cut und suche uns mal eine stelle wo ich euch was zeigen ist nichts großes aber ist eine kleinigkeit die hatte ich beobachtet und wollte euch die an der stelle einfach einmal kurz zeigen denn das fand ich eigentlich ganz cool so also freunde dann bis gleich so freunde wir sind zurück ich baller hier mit der cutlass steel mal so ein bisschen über die oberfläche und bin schon wieder ins träumen gekommen denn das ist einfach eine sache ich liebe das einfach ein schiff nehmen und über die oberfläche ballern und so ein bisschen ein bisschen fliegen einfach ich mache das mal total gerne und ja sehr sehr cool soll mal gucken ob wir das finden was ich euch zeigen wollte dazu muss ich einfach hier mal so ein bisschen rumfliegen und dann kann es sein dass es irgendwann dann kommt zur info noch mal für euch jetzt mit dem jump point oder jetzt mit der alpha 3.16 wird es so sein dass jump point paradise cove und auch ravens rust nicht mehr auf der star map zu finden ist also das werdet ihr so nicht mehr anfliegen können das ist wieder weg da kennt ihr entweder die koordinaten oder ihr findet das nicht das ist halt auch so müsste müsste halt einfach mal gucken ich habe es bis jetzt noch nicht wieder gefunden auch mit den alten koordinaten war es jetzt nicht da kann aber auch sein dass es zurzeit einfach nicht drin ist im spiel dass es halt raus gestreamt wurde um halt performance zu sparen aber auf jeden fall ist es nicht mehr in der star map zumindest im moment so seht ihr jetzt hier auch noch mal ganz gut diese dieser stahl look sehr sehr cool so übrigens habe ich mir ungefähr immer die cutless black vorgestellt dass die eigentlich so aussieht ein bisschen dunkler aber so im grunde genommen aber die cutless black sieht halt ein bisschen anders aus nicht schlimm so und jetzt ballern wir mal hier mal so ein bisschen rum und ich hoffe ich kann euch das zeigen was ich euch zeigen wollte ansonsten auch von den sounds her ist es halt typisch cutless auch von den anmach und ausmach sounds ist es die typische cutless stimme irgendwann werden wir ja noch ein neues hut bekommen vorne die monitore die die werden ja eh überarbeitet gar keine frage aber auch vorne das hat das canvas slice hat wird natürlich ein eigenes hat bekommen ein eigenes drake hat was auf jeden fall auch noch sehr sehr cool sein wird so jetzt haben wir hier monster tropfen auf der scheibe so und es kann sein dass das jetzt hier schon ist ich gehe mal kurz vom gas ne und guckt euch das mal an ne habt das gerade gesehen also ich habe das gefühl teilweise es regnet hier ich versuche das mal noch mal ein bisschen besser einzufangen na klar diese weißen floppels ne aber guckt euch mal an die wie die scheibe auch aussieht ne wahnsinn also kannst du kaum noch was gucken ich fliege aber noch ein bisschen weiter also ich hatte das schon hatte das schon krasser gesehen dass wirklich richtig regen runter gekommen ist und das wäre somit der erste wetter effekt ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher ob das ob das neu ist oder ob das jetzt mit der 3.16 kommen ich habe regen jetzt vorher noch nicht gesehen ne auch so schnee noch nicht ne diese weißen flocken das könnte könnte man ja auch sagen das ist so ein schneefall ne aber wie gesagt ich habe auch schon richtigen regen gesehen das versuche ich jetzt noch mal zu finden das ist natürlich schwierig wenn man fliegt dann sieht man das nicht so gut das sieht man halt meistens wirklich wenn man steht ne und guckt euch mal an das kommt doch wirklich von oben runter und das ist doch also ich habe das wie gesagt vorher noch nicht so gesehen muss ich muss ich ganz ehrlich sagen aber wie gesagt das ist nicht das was ich euch zeigen wollte eigentlich eigentlich war es wirklich richtiger regenschauer den suche ich jetzt noch mal so natürlich diese dicken tropfen an der scheibe das sollte natürlich letztendlich auch wahrscheinlich ein bisschen dünner sein ein bisschen kleiner sein ne aber das hier ist doch eindeutig schnee gut ist auch klar ich bin jetzt ja auch in kalten schneegebiet ich versuche noch mal ein bisschen raus zu fliegen mal gucken wo kein schnee ist und dann schauen wir noch mal ob wir da ein bisschen regen finden ne hier guckt euch das an ich sehe nix ne richtig das ist doch eine richtige regenscheibe Leute oder nicht voll gut gut Leute ich würde sagen ich fliege jetzt noch mal raus ich versuche uns noch mal ein bisschen regen einzufangen hier und ja Wahnsinn ne siehste nix ne ist natürlich nicht geil zum fliegen weil ne man muss natürlich was sehen ne aber trotzdem Wetter Leute ne und das macht auch Sinn weil neulich hatte mal irgendwer gefragt in den ähm im Spektrum glaube ich ob das dann irgendwie Scheibenwischer für die Schiffe geben wird bei Regen da haben die Entwickler gesagt ne Scheibenwischer wird es nicht geben ne finde ich auch albern ne also gut ne Drake da könnte ich mir schon noch einen Scheibenwischer vorstellen aber so bei bei anderen Schiffen weiß ihr bei bei einer Mercury Star Runner oder so oder oder bei einer Origin will ich jetzt kein Scheibenwischer haben ne da wird es hoffentlich dann andere Lösungen geben wie zum Beispiel so ein mega Luftdruck gebläse viele haben auch schon gesagt ja warum die Schilde die sollten das doch abhalten ja aber ich glaube kein Regen die Schilde sind ja eigentlich nur gegen Energie und nicht gegen wirkliche ja ich sag jetzt mal ballistischen Regen und äh deswegen denke ich mal dass da die Schilde jetzt gegen Regen nichts machen werden aber ganz ehrlich die Entwickler werden sich da schon was ausdenken dass wir hier über die Monde ballern und nichts sehen vor Regen das denke ich mal wird nicht passieren deswegen äh bin ich da mal gespannt was da kommt ich liebe es über Monde zu fliegen so ist ja wieder typisch ne jetzt wollte ich mal so einen schönen Regenschauer suchen jetzt kommt keiner ne aber ihr habt es ja im Ansatz gesehen wie gesagt das was sich dann auch unterschieden hat war halt wirklich das richtige Tropfen vom von oben runter gekommen also richtige Striche die halt wie Regen aussahen ne und das wäre für mich so der erste Wettereffekt hier auf Calliope oder auf Calliope ähm was jetzt aber nicht heißen soll dass das wie gesagt nicht schon drinne war ich es nur nie gesehen habe so oft bin ich jetzt hier auch nicht auf Calliope und das soll auch nicht heißen dass es das auch nicht auf anderen Monden gibt ne auf Microtec habe ich das jetzt noch nicht gesehen dass es da schneit aber äh hier auf Calliope ist mir das halt einmal aufgefallen als ich auf der Suche nach äh Ravens Roost war und das wollte ich euch an der Stelle einfach nochmal kurz mitgeben Leute ich werde hier noch so ein bisschen rumcruisen werde noch ein bisschen suchen aber wenn ich das jetzt nicht mehr finde dann soll es das gewesen sein und wir sehen uns im nächsten Video wieder wenn es noch was gibt was dann jetzt mit der Alpha 3.16 neu reinkommt werde ich euch das natürlich zeigen das Jump Point Event werden wir natürlich auch spielen zur Zeit gibt es auch wieder ein Nine Tales Lockdown was getestet wird deswegen kann ich mir gut vorstellen dass mit der 3.16 wenn die live geht so ein paar Events kommen vielleicht gibt es ja auch das Jump Point Event und das Nine Tales Event gleichzeitig ne diese Events das sind ja dynamische Events die können immer mal kommen mal wieder weg gehen das wird nicht angekündigt ne und äh ja finde ich finde ich gut ne bin gespannt auf jeden Fall denke mal wir werden dann über Weihnachten und Neujahr ordentlich was zu tun haben der Patch wird auf jeden Fall vorher noch live gehen und was ja auch schon viele wissen da werde ich aber in den Worst News morgen noch mehr zu sagen ist halt das Roadmap Update viele Sachen sind rausgeflogen aus der 3.16 werden dann im neuen Jahr gleich nachgepatcht mit der 3.16 eins und äh mehr dazu dann morgen in den Worst News Leute also bis dahin macht's gut Tschüss